hey youtube david plays for you amnesia justin oder justin ich weiß es nicht auf jeden fall fange ich das spiel an neues spiel beginnen oh yeah oh yeah ich will nicht mehr okay was was kann ich damit machen ja es gibt immer einen weg ich muss in den nächsten eine laterne aufgenommen und es bewegt sich und es ist kaputt oh okay eine laterne für mich ich habe nichts ich habe gar nichts es ist dunkel ich sehe nichts Mist Scheibenkleister es ist zu dunkel es ist zu dunkel es ist viel zu dunkel holy shit was holy moly shit holy shit okay es geht wahrscheinlich da lang oh mein gott so viele wege ich weiß nicht wohin eine leiter beschädigte leiter okay schön eine beschädigte leiter eine beschädigte leiter oh nein und wieder diese laternen die ich nicht ausstehen kann okay laudanum das ist sehr wichtig das laudanum das ist sehr wichtig hallo oh nein oh nein oh nein nein oh mein gott oh mein gott ich gehe weg ich gehe weg verschwinde oh nein oh 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 ich kann dir helfen kumpel oh mein gott wieder dieses spiel ins schrecken na nur geh auf okay damit kann ich nichts machen schade ist da irgendwas da ist nichts wie erwartet okay wir müssen ihn befreien den Kollegen ich werde dich befreien ich werde ich tue alles damit ich dich befreien kann alles wirklich alles wirklich alles da ist nichts oh mein gott okay okay nein du du darfst nicht zugehen ich muss ihn durch ich ich muss ihn durch dunkelheit nichts weiter und der Mann da hinten den ich retten muss wahrscheinlich wahrscheinlich du sagst es okay lässt sich nicht bewegen ich weiß nicht wieso da war ich noch nicht drin let's go was gibt's hier nichts als asche und kackhaufen nichts weiter so was hier ein lad da okay niemand ist hier niemand niemand ist hier oh mein gott okay ja ich komme schon ich betätige den Hebel ich hoffe das wirkt was doch ich oh oh mein gott oh mein oh es tut mir leid ich muss da durch es tut mir leid doch jetzt ist das Schloss kaputt ja hallo warte okay ich weiß nicht wohin oh ah leiter auf geht's easy was oh äh okay und schon bin ich oben und schon bin ich oben hallo 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 sakkasse sakkasse nein 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 hallo hallo wo bin ich wo bin ich oh mein gott wo bin ich holy moly macaroni oh god wo bin ich was geschieht hier was what's the guard the mission hi du siehst hübsch aus du siehst sehr hübsch aus ja okay da ist nichts du siehst auch hübsch aus und du auch ja bilder sagen viel bilder sagen viele worte ja hallo nix bewegt sich gar nix weiter geht's no nothing das bewegt sich auch nicht ich kann da auch nicht durch das ist doch alles müll ich möchte da durch aber ne bücherei bücherei der düstere platz unten wurde zu einem spielplatz ein mysteriöser ort für justin 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 und ihre freunde zum entdecken oh okay oh mein god die bücherei bis zum nächsten mal david david plays for you